oder so ist so ganz natürlich noch besser den iod brauche ich nicht mehr hat das denn gezählt also im dingsiebums hier steht es drin okay wahrscheinlich dadurch dass ich rausgegangen bin und nicht gewartet hat bis er mich raus schmeißt ich gucke noch mal assignments destroy a vehicle with the iod board eins von eins kein iod board mehr und auch noch eine anti er zerfrügelt naja nagelpistole hier kann es ganz lustig sein muss man ja auch mit diesen komischen decoy für irgendeine simon was machen gottlob nein ich hab's einfach mal mitgenommen sonst wissen was ich benutzen soll ich mag diese map irgendwie also anderen modi fand ich sie nicht so ganz schlimm aber wir werden hoffnungslos verlieren weil sie zwei punkte haben und wir ein und da fliegen die apg's das heißt es wird nicht mehr explosive span das heißt es wird richtig scheiße man könnte jetzt meine rules gucken ob da was steht 1 2 3 4 5 6 mein ich habe in sechs läufe geguckt ich in eine flashbang das ist genauso schön also diese karte war schon früher unspielbar aber jetzt mit flashbangs ja und das nicht besser ich glaube ich glaube gehe ich auf das soll vielleicht kriege ich ja von der bulldog noch ein paar kills sind was da fehlt nagelpistole wäre zwar hier auch ganz gut ich habe jetzt für sechs hits die auch alle als hit registriert wurden nicht einen kill assist gekriegt ich habe gerade irgendwie drei leute getötet ne zwei weil einer war doppelt dabei darf ich das noch nachladen jungs da kommt einer mit dem schild auf die füße schießen einfach auf die füße schießen ich schieße eigentlich gerade nur in den rauch hinein und treffe irgendwas könnte ich ja mal meine defi kills versuchen ach das hätte doch klappen können wenn sich dieses karten design ausgedacht hat defi kill funktioniert aua da kam ne frank grenade also für so ein mist könnte diese map sogar echt funktionieren ecke sitzen kurz vor laufen und in der hoffnung dass da irgendeiner drauf geht die haben mich zurück geholt seid ihr denn das wahnsinns fette beute was rein wie viel ich noch brauche von diesen scheiß kills das war assault weil ich mich nicht irre oh rennt doch nicht immer in jede scheiß kugel rein hier nutzlos fünf stück das heißt jetzt noch vier in der theorie und wir werden geflankt jungs bleibt nicht in meiner nähe stehen der defi mann ist unterwegs ah voll daneben kills das ist irgendwie schon lächerlich gut mit dem defi hier die kills so einfach machen zu können rein rennen und glücklich sterben alle selbst nicht genau wissen wir auf was wir alles hier schießen sollen problem ist ich tue so zumindest punktetechnisch nicht mega viel für das team der rest auch nicht dementsprechend scheißegal ne es ist mord da also die fiete da kommt auch das gleiche das stimmt metro war das grässliche name er ist so grässlich dass man sich nicht merkt ah ich werde eingeschossen hilfe ja ich werde auf die säule erschossen er hatte ich schon ja ganz ehrlich was anderes als soul kannst du hier echt nicht freiwillig spielen außer die apg-idioten naja ein zwei leute müssen support spielen sonst wird es nichts ja ok die supporter ein paar natürlich mit aber ansonsten ja kommt um die ecke brumms das heißt zwei gemacht oder vielleicht sogar schon drei ich weiß es gar nicht alter wir sind so dermaßen zurückgedrängt hier ja problem ist in den scheiß gang komme ich im moment auch nicht rein der so zu mit denen woanders funktioniert das mit defi hier nicht ganz so oh gott das hat er wieder reingeschafft alter komm schon kein headshot oh gott der sitzt der typ bleibt einfach drin stehen ja gefe ab ist sniper slot wer zur hölle spielt hier sniper zwei kills mit dem defi ich glaube ich brauche noch einen ja und da kommt der nächste typ der unsterblich ist ich weiß gar nicht ich brauche noch irgendwas anderes für das assignment die granatwerfer kills vermutlich genau 40 granatwerfer für mich halt ernsthaft die steht da mit 10 medics und keiner von euch wechseln wie bei oh tscholo nimo ah verdammt er hat mich er wollte einen hochreinen und mich mit dem defi erwischt ironie Während ich mit dem Defi versucht habe hinzugehen. Wäre so ursgeil, wenn ich immer mit Deffen würde, Team. Ah, verdammt. Den haben sie schon... Den hätte ich kriegen können. Ja, ich versuche jetzt noch einen so zu machen. Dann helfe ich mit. Weil dann sollte ich sie durch haben. Alter, fickt euch doch. Shotgun hit um Shotgun hit. Der Typ überlebt es problemlos. One-Shotted ein. Alter, wenn auf so einer dreckigen Scheiß-Map da noch Cheater rumlaufen. Wieso spawne ich hier eigentlich mitten im Nichts? Ohne Deckung oder irgendwas. Kann ich dir nicht sagen. Und ich muss, glaube ich, einen Tick geduldiger sein. Das war jetzt so unüberlegt. Warten, sie kommen schon zu einem selbst. Er to fail wird. Ich glaube nicht, Tim. Es sind drei Medics in dem Scheißraum. Und keiner von denen belebt die Leute wieder, die hier überall rumliegen. Das waren jetzt fünf Revives in 20 Sekunden oder so. Weil niemand hier was tut von dem Team. So, komm. Irgendeiner muss doch hier mal reinkommen jetzt. Die haben überlebt. Zwei Gegner vor mir. Ich hau denen den Defi in den Rücken. Keinen habe ich erwischt. Und durch die Wand gehätschottet. Danke, Wallhacker. Und irgendeiner von euch nutzlosen Scheißkinder in meinem Adic? Nein, natürlich nicht. Ich hasse Menschen. Nutzloseste Dreckskasse, die jemals diesen Planeten bevölkert hat. Und blockt noch. Jawoll. So spielt man scheiße. Noch ein Defi-Kill. Yippie. Wir haben uns gegenseitig gedefiht. Okay, das ist in Ordnung. Ich glaube aber, einen noch zur Sicherheit. Und dann sollte ich es auf jeden Fall auch weg haben. Den Mist. Ich fliege in deiner Wand. Ich kriege Hitmarker. Völlig logisch. Jetzt. Oh. Mann, wie viel Schuss hat der denn in seiner M1014 drinne? Nein, nur schrotzen, Jungs, nur schrotzen. Es wäre schön, wenn man das mal intern aussehen, also unsere Flyer prüfen könnte, wie viel man damit gemacht hat. Direkt auf der anderen Wand sitzt, okay ist tot. Joa, wir kommen hier genau 3mm vorwärts und dann war es das wieder. Soll ich dich holen? Der Typ ist tot, wie kann der mich erschießen? Der Typ lag tot am Boden und hat mich gerade gewandelt. Alter, komm Cheater! So ein Schwachsinn! Ja, das Problem ist mit den Cheatern, die hast du ja inzwischen auf jeden Server und sie regen einen immer wieder und überall auf. Ich liege in deiner Wand. Fürst würde ich auch irgendwie so schießen, danke. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Nein! Ich wurde vorher von der QBS umgehauen. Ähm, was zur Hölle? Wie hinst du da durch eine Granate geschmissen? Ich hoffe, das war ich jetzt nicht. Alter! Ich krieg die Krise mit diesem Team. Ja komm, wenn ich jetzt noch einen verdammt... Autsch! Man spawnt, steht auf und ist tot. Wie sie nicht umfallen, wenn man Headshots auf sie kriegt. Ja, gib ihm einen Zwanziger, wenn ich daneben stehe und auflade. Äh, danke nutzloses Scheiß-Team. Ja, Team Balancing Home. Mal ein paar Leute nach uns rüber balancen. Wäre ja zu fair. Alter, hier ist ne Wand zwischen uns. Ja, nächster Wallhacker. Ey, Sniper, mir hier drinnen! Ich glaube, ich nehme gleich ne Schrotflint in die Hand. Fünf Headshot-Marker. Der Typ hat 100 HP und One-Shot. Also ganz ehrlich, man spawnt tot, spawnt tot, spawnt tot. Ja, auf so ner unglaublich Scheiße-Design-Fix-Map ist das auch nicht anders. Hätte ich gesehen, was kommt, wäre ich glaube ich auch nicht drauf gegangen. Deswegen sollte man vielleicht nur auf den Chat dachten, falls Vote-Map wieder angeht. Vote-Map ist schon lange durch. Was kommt? Alter, und wieder durch die Wand gewone-Shotted. Dragon Pass als nächstes. Alter, so eine dreckige Scheiß-Map. So ein nutzloses Scheiß-Team dazu. Und dann noch Wallhacker. Herzlichen Glückwunsch. Beste Runde ever. Und da campen die nächsten Sniper. Jawoll. Ja, komm, mach das herzig. Man schreit nach Med-Bag, man schweißt die Mercedes, er rennt weg. Ja, ja. Wenn man nur drei Gehirnzellen hat, das ist schon schwierig. Joa. Die Airbus hatte ich ja durch. Die M300 irgendwas müsste ich ja noch machen. Die könnte ich mir auch vom Medic draufpacken. Weil ganz ehrlich, ob ich... So, weil ich fünf Leute weniger im Team. Glückwunsch. Niemand ist Medic. Dann, ob ich hier jemanden heile oder nicht. Gott sei Dank ist dieser nutzlose Scheiß gleich vorbei. Ja. Du einschwachs. Wer votet so eine Scheiße? Ich weiß es nicht, wer die gevotet hat. Oh, hast du auch noch einen Kill mit dahin gekriegt? Ach verdammt. Mission war ja auch end. Pfff. 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 Pfff.